Hallo zusammen, ich bin die Lea von Bandix Nordwest und das Bandix Nordwest ist der Basso-Beat von der Woche. Ein Band-Contest für Nachwuchsbands aus der Nordwest-Schweiz. Dieses Jahr haben wir insgesamt 18 Acts, die mitmachen. Bands in unterschiedlichen Formationen, aber auch Solo-Acts, DJs und Producers zusammen mit Rappern, eine grosse Vielfalt. Einerseits gibt es für alle Bands, die mitmachen, tolle Sachen mitzunehmen, Workshops, wo sie ganz viel lernen können über Produktion, Booking und Live-Auftritte für Sieger-Innen-Bands winkt auch ein sehr toller Preis, nämlich dass sie Studienaufnahmen machen können für ihre eigenen Songs. Wir haben eine Jury, die bei allen Vorrunden und beim Final vor Ort sein wird. Die Jury entscheidet, welche Bands ins Finale dürfen und schlussendlich welche Bands Sieger-Innen-Bands von Bandix Nordwest 2024 wird sein. Die erste Form haben wir jetzt gerade am Samstag gehabt, in Münchenstein im ersten Stock. Jetzt geht es weiter am... Der E-Tab ist immer gratis, also kommen wir in den Scharen. Freshy Nordwest-Schweizer Musik. Freshy Nordwest-Schweizer Musik. Freshy Nordwest-Schweizer Musik.